Nachdenkseiten Die kritische Website Mehr als ein Abhörskandal Von Jens Berger Verteidigungsminister Pistorius hat einen schrägen Humor. Gestern schaffte er es doch tatsächlich, gleichzeitig die Authentizität des abgehörten und geligten Gesprächs von vier hochrangigen Luftwaffenoffizieren zu möglichen Taurus-Lieferungen zu bestätigen und den Russen, die das Gespräch veröffentlicht und wohl auch gehackt und aufgezeichnet haben, Desinformation zu unterstellen. Den großen deutschen Medien fiel dieser Widerspruch jedoch noch nicht einmal auf. Wie denn auch sind sie doch voll und ganz damit beschäftigt, getreu dem Motto, haltet den Dieb aus dem Abhören des Gesprächs einen Skandal zu machen und damit von den Inhalten abzulenken. Das ist zumindest erstaunlich, haben es die Inhalte doch in sich und sind der eigentliche Skandal. Mitte letzter Woche gab es noch Ärger zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien, da Bundeskanzler Olaf Scholz angeblich geheime Informationen verraten hatte. Es ging um den Einsatz von Marschflugkörpern, den Scholz ablehnt. Der Kanzler will Deutschland nicht zu einer direkten Kriegspartei machen. Was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. So Scholz wörtlich. Franzosen und Briten widersprachen Scholz. Das britische Verteidigungsministerium warf ihm gar vor, Falschinformationen zu verbreiten. Wenn die Inhalte des abgehörten Gesprächs der vier deutschen Luftwaffenoffiziere korrekt sind, lügen jedoch die Briten. Im Gespräch, in dem es um die möglicherweise später einmal nötige Vorbereitung und Durchführung der Taurus-Lieferungen in die Ukraine geht, sagt Luftwaffengeneral Ingo Gerhards zu diesem Thema Folgendes. Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Missionsplanung zu machen. Ich weiß, wie es die Engländer machen. Die machen es ja komplett im Reachback. Die haben auch ein paar Leute vor Ort. Das machen die, die Franzosen nicht. Also sie QC-en auch die Ukrainer beim Beladen des Sculps, nee, weil Stormshadow und Sculps sind rein vom technischen Aspekt relativ ähnlich. Da haben sie mir schon gesagt, ja Herrgott, die würden auch den Ukrainern beim Taurus-Loading über die Schulter gucken. Die Frage wäre aber, wie lösen wir das dann? Lassen wir die die Missionsplanung machen und geben ihnen Reachback-mäßig die MBDA an die Hand und bringen dann halt einen unserer Leute zur MBDA? Zitat Ende. Als Reachback-Verfahren wird in der militärischen Fachsprache die Einsatzoperation aus dem Heimatland bezeichnet. Bei Marschflugkörpern heißt das, dass die gesamte Programmierung der Einsatz- und Zieldaten nicht vor Ort in der Ukraine, sondern in diesem Falle von den Briten in Großbritannien vorgenommen wird. Zusätzlich unterstützen die Briten, so General Gerhards, die Ukraine auch noch vor Ort. Das ist eine direkte Kriegsbeteiligung Großbritanniens. Wenn die Aussage Gerhards korrekt ist, wurden die zahlreichen Einsätze der Storm Shadow Marschflugkörper unter anderem auf die russische Schwarzmeerflotte, Industrieanlagen in Luhansk, den Hafen von Sevastopol und eine Eisenbahnbrücke auf der Krim von britischem Boden aus geplant. Ingo Gerhards ist nicht irgendwer. Der Spiegel nannte Gerhards im letzten Jahr den deutschen Top Gun-General. Gerhards, der seit 2018 Inspekteur, also Chef der Luftwaffe ist, gelte als Hoffnungsträger der deutschen Streitkräfte, ein moderner Krieger, der die immer wieder als rückständig bezeichnete Bundeswehr kriegstüchtig machen könne. Zumindest seine Erkenntnisse in Sachen Kommunikationssicherheit scheinen dieses Image jedoch Lügen zu strafen. Doch darum soll es hier nicht gehen. Wenn Gerhards in einem von deutscher Seite als authentisch bezeichneten Mitschnitt ausplaudert, dass die Briten aktiv im ukrainischen Krieg gegen Russland mitmischen, dann sollte das doch der eigentliche Skandal sein. Wer das Gespräch mitgeschnitten hat, erscheint da eher zweitrangig. Doch es geht ja nicht nur um die Briten. Im Gespräch spekulieren die vier Luftwaffenoffiziere offen, wie denn die Luftwaffe im Falle eines politischen Entschlusses, der Ukraine-Taurus-Flugkörper zur Verfügung zu stellen, die es praktisch begleiten und umsetzen könnte. Dazu muss man wissen, dass ein Hightech-System wie Taurus vollkommen nutzlos ist, wenn man keine genauen Zieldaten hat. Folgt man den vier Luftwaffenoffizieren, gibt es verschiedene Optionen, dieses Problem zu lösen. Angedacht werden eine direkte Datenlieferung durch die Luftwaffe aus Büchel und eine indirekte Datenlieferung durch den Hersteller der Taurus-Raketen in Schrobenhausen durch dort eingeschleuste Luftwaffenexperten. Dazu führt der am Gespräch beteiligte Oberstleutnant Udo Fenske vom Zentrum Luftoperationen Folgendes aus. Die Frage wird sein, wo kommen die Daten her? Jetzt gehe ich einen Schritt zurück. Wenn es um die Zieldaten geht, die idealerweise mit Satellitenbildern kommen, weil dadurch gibt es dann die höchste Präzision, dass wir also unterhalb von drei Metern Genauigkeit haben, die müssen wir verarbeiten im ersten Set in Büchel. Unabhängig davon würde man aber in irgendeiner Art und Weise, denke ich, mit einem Datentransfer zwischen Büchel und Schrobenhausen was hinbekommen. Oder, was natürlich auch geht, dass man unter Umständen das Datenpfeil nach Polen schickt und man hat den Handover-Takeover in Polen irgendwo und es fährt jemand mit dem Auto hin. Und ich denke, da muss man im Detail reingucken und es wird auch Lösungsmöglichkeiten geben. Zitat Ende. Die Gedankenspiele werden jedoch im Lauf des Gesprächs von Brigadegeneral Frank Gräfe unter Verweis auf die roten Linien der Politik verworfen. Stattdessen sieht Gräfe es, neben einer Ausbildung der Ukraine als Option, die Briten mit ins Boot zu holen und ihnen die direkte Planung zu überlassen, mit der die rote Linie der Kriegsbeteiligung überschritten würde. Zitat. Jetzt nochmal, was wir als rote Linie als Grundlage voraussetzen. Ich komme einfach nochmal darauf zurück, was ich am Anfang meinte. Entweder wir müssen die Ausbildung aufteilen, dass wir sagen, wir machen einen Fast-Track oder einen Long-Track und der Long-Track, dann sind die da halt für vier Monate und lernen es komplett richtig mit, wie mache ich es mit einer Brücke. Und in den Fast-Track geht es erstmal um den schnellen Einsatz. Nach zwei Wochen, wie weiß ich, was ich mit einem Munitionsdepot mache. Oder die andere Option, wir fragen, ob in dieser Phase, bis sie selber komplett ausgebildet sind, fragen wir die Briten, ob sie in dieser Phase übernehmen. Aber ich glaube, ein irgendwie gearteter Versuch einer Zwischenlösung, stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Wir haben unsere Leute in Schrobenhausen oder wir fahren irgendwie mit dem Auto durch Polen, sind, glaube ich, beides keine akzeptablen Lösungen. Zitat Ende. Luftwaffeninspektor Gerhard sieht dieses Problem auch. Ihm fällt dazu ein weiterer Helfer ein, die Amerikaner. Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten. Zitat Und glauben Sie denn, ja, man muss immer davon ausgehen, was die Ukrainer denn mittlerweile sonst alles machen. Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Das darf man sagen, dazu sind sie dann noch relativ schnell selbst in der Lage, weil die Satellitenaufnahmen, die haben sie alle. Da muss man auch davon ausgehen. Zitat Ende. Deutschland solle demnach die Ukrainer in zwei Geschwindigkeiten. Short-Track, um russische Munitionsdepots auf russischem Boden und Long-Track, um komplexe Ziele wie die Krimbrücke bei Kerch zu zerstören, ausbilden und die Amerikaner würden dann die Zieldaten zur Verfügung stellen. Auch das ist eine, wenn auch indirekte, die Kriegsbeteiligung. Doch davon ist in unseren Medien nichts zu lesen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.